Prinzessin Kate und Prinz Harry geheimnisvolles Telefonat enthüllt Prinzessin Kate Hallo Harry, wie geht es dir? Prinz Harry Hallo Kate, mir geht es gut, danke. Wie läuft es bei euch? Prinzessin Kate alles bestens hier. Ich wollte nur mal nachfragen, wie es dir nach dem Interview mit Oprah geht. Ich kann mir vorstellen, dass das alles ziemlich stressig für dich war. Prinz Harry Danke, Kate. Es war in der Tat eine sehr intensive Erfahrung. Aber ich bin froh, dass ich endlich meine Seite der Geschichte erzählen konnte. Es war wichtig für mich, ehrlich zu sein und über die Dinge zu sprechen, die mich belasten. Prinzessin Kate Das kann ich verstehen. Ich hoffe, dass es dir jetzt ein bisschen besser geht und du dich erleichtert fühlst. Wenn du mal reden möchtest, bin ich immer für dich da. Prinz Harry Danke, Kate. Das bedeutet mir viel. Es ist schön zu wissen, dass ich auf dich zählen kann. Wir sollten uns bald mal persönlich treffen und über alles sprechen. Prinzessin Kate Das klingt nach einer guten Idee. Lass uns einen Termin finden, der uns beiden passt. Bis bald, Harry. Prinz Harry Bis bald, Kate. Danke für dein Verständnis und deine Unterstützung. Es bedeutet mir sehr viel. Tschüss, Gott. Tschüss, Gott.